Kurze Zusammenfassung der Winkelarten. Der rechte Winkel hat 90 Grad. Winkel, die kleiner sind als der rechte Winkel, sind spitz und heißen spitze Winkel. Der gestreckte Winkel hat 180 Grad. Alles, was größer ist als der rechte Winkel, aber kleiner als der gestreckte Winkel, heißt stumpfer Winkel. Er ist hier stumpf. Der Vollwinkel geht eine komplette Runde rum, so als ob zwei Uhrzeiger übereinander liegen und hat 360 Grad. Jeder Winkel, der größer ist als der gestreckte, aber kleiner als der Vollwinkel, also hier irgendwo dazwischen liegt, heißt überstumpfer Winkel. Er ist das Gegenstück zum spitzen Winkel. Er ist das Gegenstück zum spitzen Winkel.